hey freunde was geht ab leute heute spielen wir eine obi ähm von weiß ich wie das heißt heute ich bin zu groß dafür das bedeutet krass und ihr muss alle einen daumen nach oben springen weil das harte mühle geht über socken leute das wird heute sehr spannend oder sagt der süß oder heißt das kann man hier rein kann man nicht schade also wir sollen jetzt hier reinkommen ok wir haben uns gerade Wo sollen wir denn bitte reingehen? Jetzt haben wir es. Er hat sich auch ein bisschen verloren. Oh, aber nicht. Oh, halt. Oh. Oh, nein. Eigentlich kann man doch springen. Hä? Hä? Okay. Okay, der läuft weiter. Oh, ich habe... Ja. Okay. 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 Es ist die locker. Oh! Oh! Ja, guck mal, Leute, die sind ja auch hier. Die kleine Ouskarte. Ja, das ist gut, Loper. Ja, das ist gut. Okay. Nein, das ist fast zu sein. 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 Das ist fast zu sein.